Yo YouTube, was geht ab, was geht, was geht, was geht. Herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal, Digga. Es ist ein neues Video von Arafat, oder besser gesagt, ein neuer Livestream von Arafat am Start, wo er über Generalvollmacht redet, Versicherungsbetrüge und Diamantennahmen. Aber ist ja Versicherungsbetrüge, Diamantennahmen. Ja, das musst du doch mal anmerken, Digga, weil das ist ein ganz wichtiges Ding hier. Geht rein. Deswegen, wir gucken uns das Ganze an, Digga. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, aktiviert die Glocke. Arafat Abuzaka spricht Klartext, wir gehen rein. Erstmal ganz gut, hört ihr mich? Kann niemand mal schreiben, ob man mich hört? Okay, super. Also ganz kurz vorab, an die ganzen Reaktor, die Reaktor möchten. Ich sollte meinen Leuten sagen, bitte tut mir einen Gefallen und tut euch auch einen Gefallen. Wenn die Folge auf unseren YouTube-Kanal online ist, nach 48 Stunden könnt ihr darauf reagieren. Das gilt für alle, absolut alle. Keiner hat eine Ausnahme, keiner hat eine Sonne. Striken. Also tut online ist, dann fange ich an. Deswegen will ich ja jetzt gerade auch nochmal explizit deutlich machen. Also freuen Sie sich doch darüber, dass ich hier einfach klare Worte finde und sage, ich habe nichts gegen Sie. Nie gehabt. Sie haben einfach eine Klappe aufgemacht. Ist Ihr gutes Recht? Ich habe meine Klappe aufgemacht. So, ich habe gedacht oder ich meine, es war mein gutes Recht. Ich habe nichts persönlich gegen Sie. Ich würde mich nicht freuen, wenn Sie in Ihrer körperlichen oder auch geistigen Freiheit eingeschränkt werden würden von niemandem. Ja, auch nicht von einem verrückten Bushido-Fan. Weil dann würde ich erstmal dem Idioten sagen, pass mal auf, lass den Typen in Ruhe. Ja, aber der hat gesagt, du bist Bambi. Ist doch okay, lass ihn doch mal reden. So, lass ihn doch reden. Ist doch sein gutes Recht. So, ich bin hier, ich bin kein homophober Typ. So, ich mache vernünftige Geschäfte mit vernünftigen Menschen, ja. Und erteile Vollmachten, die absolut legitim sind und die jeder x-beliebige Geschäftsmann schon in diesem Land erteilt hat. Weil Arafat hatte ja eine Vollmacht bei Ihnen, ne? Ja, gibt es so viele Leute, die das verteilen. Und wo ist das Problem? Wenn, es gibt ganz ehrlich, erteile... Zuhörer jetzt, es gibt Vollmachten, die kann man auf ein Geschäft beschränken. Klar, kann man machen. Ja, und dann gibt es aber auch eine Vollmacht, da gibt man alles. Ja, dann wäre ich weit. Genau. Und sie haben was gemacht? Sie haben alles weggegeben. Das war zeitlich begrenzt, war das. A war zeitlich begrenzt und es ist eine Person, ganz ehrlich, meinem Bruder vertraue ich alles an. Mein Bruder, Digga, vertraue ich alles an, Digga. Worte vom Bushido, Digga, ne? Die nicht gut gealtert sind, Digga, sagt man. Mein Bruder vertraue ich alles an, Digga, aber irgendwie wollte er dann... Was verstehen soll ich meine? Und Arafat Abou-Shaka ist wie mein Bruder. Ja, aber dann gibt es aber auch. Da gibt es aber gar nichts. Da sind wir wieder am Anfang der Diskussion. Da gibt es gar nichts. Sie können Ihre Meinung so vertreten, wie Sie das gerne möchten. Respektiere ich in allen Ehren und bei allem Respekt auch. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns beide mal sehen, weil Sie haben von mir einen Text gehört, ich habe von Ihnen, sagen wir mal, einen Tweet gelesen. Und ich habe von Ihnen nicht gut gelungen das Video. Ach, von mir gesehen, ja? Ja, dieses Video halt, ne? Haben Sie keine Ahnung, wie viele Klicks das hatte? Ja, aber nach dieser Bild-Zeitungs-Geschichte dann. Also ich fand das Video nicht so toll, muss ich sagen. Der Song... Naja, ob er jetzt die Bild großartig dazu beigeholfen hat, deine Klicks zu kriegen. Warum haben Sie denn diesen Mercedes am Ende nicht richtig verbrannt? Sondern das war ja irgendwie so eine... Eigentlich wollte ich Teil 2 machen. Und da wollten Sie den Mercedes-Benz... Der sollte dann brennend anfangen, das Video. Hat nicht ganz geklappt. Da ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Nein, aber Sie sehen doch mal. Wir sind zwei Typen, die auf bestimmte Sachen einfach komplett verschiedene Meinungen haben. Ja, ist einfach so. Ist auch kein Problem. Aber es muss doch gar kein Problem zwischen uns beiden sein. Hab ich auch nicht. Ne, ich sag ja. Ich auch nicht. Und deswegen sage ich, ist doch cool auch, dass Sie mal hierher kommen. Weil jetzt können wir das ein für alle mal klären. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Ich finde Sachen, die Sie sagen, Quatsch. Sie finden Sachen, die ich sage, Quatsch und die ich mache genauso. Aber auch selbst... Wow. So, das war mir jetzt mal wichtig, dass ihr dieses Video seht. Ja, das Video hat er damals, ich glaube 2015, 2016. Das war so 99 Stunden Kista FM-Interview. Und hat das... Also ich selber habe das... War das wie es 99 Stunden, wo irgendwann K1 dann im Laufe des Tages angerufen hat? Ja, ne? Ja, das muss das gewesen sein, Digga. Wo er auf einmal ausgerastet ist auf Bushido, Digga. Damals auch nie live gehört. Ich habe es erst... Hat mir jemand das zugeschickt, wo wir eine Gerichtsverhandlung hatten. Hat mir geschickt, guck mal, was er damals über dich erzählt hat. Guck mal, was er jetzt über die Gerichte über dich erzählt hat. Und dann habe ich mir das auf jeden Fall gespeichert. Und dann habe ich mir auch das Interview angehoben. Hab sehr vieles rausgeschnitten. Weil das wird dann per a per kommen. Vielleicht willst du da dagegen angehen, Bushido. Weil vielleicht ist das ja auch gefälscht. Wir sind ja in einem Zeitalter der KI. Die KI ist ja viel möglich. Dann zeigt bitte gleich Kista FM auch an. Und sagt, die sind auch Lügner. Und die haben dich auch bedroht und erpresst und gemacht und getan. Oder was auch immer du immer gesagt hast. Das Thema wird Generalvollmacht sein. Generalvollmacht, genau. Aber vorher erzähle ich nochmal. Ich war nicht ganz fertig wegen Rüdersdorf. Wir haben vereinbart... Warum hat der Arafat denn eine Generalvollmacht über Bushido? Das ist die Frage. Bin ich mal gespannt, was da dazu antworten wird. Eigentlich, dass wir nach zehn Jahren, wenn steuerfrei wird, Rüdersdorf verkaufen und jeder kriegt die Hälfte. Daran kann er sich nicht mehr erinnern. Es kommt nicht mehr in Frage für ihn. Und sowas gibt es nicht. Und sowas ist gelogen. Ich habe da noch was. Das werde ich auch vielleicht beim nächsten Mal einblenden. Dann sagst du es mit deiner eigenen Stimme. Und ja, weil du gerne ja immer Prozessbetrug machst. Warte nur darauf, bis ein Richter oder irgendjemand anders sich anzeigt, den Prozessbetrug. Wir sind auf jeden Fall in der Mache. Und wie gesagt, den Herrn, der um die Ecke wohnt, den du mir hier herangeholt hast. Und auf einmal sagt es, den kennst du nicht mehr. Und wir vereinbart haben, dass wir das Geld, was wir vom GPR-Konto abgehoben haben, für dieses Bauprojekt klein machen oder eben die Kosten zahlen wollen. Gesagt, getan. Das Geld wurde bezahlt. Dann hast du eine Anzeige erstattet gegen mich und gegen meinen Bruder mit Unterschlagung. Ja, ist ja auch normal, dass er gut über Arafat geredet, wenn er so in Kontakt mit ihm steht. Aber das sind halt so schlecht gealtert. Weil jetzt erzählt er voll das Gegenteil von Arafat. Damals immer richtig gut und so. Und jetzt so, Digga. Das ist schon mein Bruder. Ist halt so, ne? Eklat. Du hast gesagt, wir haben das Geld unterschlagen, etc. Hab ich euch ja alles erzählt. Und dann hat sich die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder gemeldet. Und ich hab eine Anzeige bekommen. Weil jetzt hat er angezeigt, dass die Rechnungen von den Herren von dieser Firma gefälscht sein oder keine Ahnung, was die Rechnung sein soll. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich weiß, was sie für Arbeiten gemacht haben. In meinen Augen ist Danis gefälscht. Die Rechnungen sind auch nicht getürkt, wie er so gerne sagt. Es wurden sehr viele Arbeiten getan mit sehr, sehr vielen Arbeiter von der Firma. Und ihr dürft nicht vergessen, ganz wichtig, er hat die Firma geholt. Ich kannte die Firma nicht. Und im Nachhinein rennt er und macht eine Strafanzeige, die bei Frankfurt-Oder ansässig ist. Der wurde, da hat er auch gesagt, mein Pool, den ich wollte, den ich ihm aufgezwungen habe, es wurde ja auch ein Pool bezahlt. Es wurde mehreren Sachen bezahlt, die hier gebaut wurden, sind, hat er gesagt, nee, wollte ich nicht, ich habe ihn aufgezwungen, davon weiß er nichts. Ich habe da noch gute WhatsApp-Nachrichten von dem, meine Frau. Bilder habe ich. Ey, bitte, er zeigt heute mal ein paar Beweise. Er zeigt dich. Wenn er ein paar Beweise zeigt, dann wäre das halt echt nice, Digga. Nein, man muss echt zeigen, weil er hat gesagt, er wird zeigen. Er hat dort, Digga, sagt doch, ich habe WhatsApp-Chats und so, Bruder, wir wollen die Sachen sehen, das ist das Ding, was wir wollen, Digga. Wir wollen diese Beweise sehen. Ich will sehen, wie Buschide geschrieben hat, ey, lass sie ihn und den auseinandernehmen und so. Wie ist das alles? Ich auch noch, weil dein WhatsApp, komischerweise, wie du bei Gericht gesagt hast, September 18 oder genau, hattest du nichts mehr. Alles gelöscht, danach konntest du noch was, aber davor hast du gar nichts mehr. Hab keine Angst vor Schildo. Ich habe noch alles, jede Zeile. Aber wenn ich nicht nur von 18 und 17 und 16 und 15 und 14 und 13, lass dich überraschen. Bruder, Araf hat alles aufgespart, Digga, das ist crazy, Bruder. Also ich habe keine WhatsApp-Chats von 2014, 2015, 2016, Digga, save nicht, Bruder. Auch wenn ich diese WhatsApp-Sinkornisation habe, Bruder, aber so lange gehen diese Chats nicht mehr. Wie ich sie versprochen habe. Wie gesagt, ich habe ihn den Pool aufgezwungen, er wollte ihn gar nicht, aber er war mit dem Pool-Bau und seiner Frau und wollte nur das Beste vom Besten. In der Doku selber gibt es sogar seine Frau zu, dass sie da einen Pool haben, etc. pp. Dann haben sie den Pool-Bau geholt und ich war nicht mal dabei, die haben diskutiert. Und er wollte nur das Beste vom Besten und zeigt mich an, dass die Rechnungen getürgt sind. Er hat sich nicht gemeldet irgendwie, dann wurde das Verfahren eingestellt in Frankfurt-Oder. Dann ist er wieder zu Frankfurt-Oder gerannt, hat da wieder eine Aussage gemacht und jetzt wurde das Verfahren wegen Betruges gegen mich und die Firma eröffnet. Ich habe gar keine Angst davor. Also wird das Verfahren, glaube ich, jetzt kommt drauf an. Ist auf jeden Fall angeklagt, die Klage ist schon durch, wir warten auf Termine und wenn die Termine kommen, werden wir uns ja wiedersehen, weil du ja so ein ehrlicher Bursche bist und das wolltest du ja alles gar nicht. Genau wie ich, so wenig wie dein Bruder war, den du mir alles anvertraut hast, etc. pp. Dann waren wir, ich springe jetzt ein bisschen zurück, wir sind das erste Mal nach Amerika geflogen, da war Kay, nein, Entschuldigung, ich spule zurück, da war Bushido, Nice, ich und noch ein Freund sind nach Miami geflogen, wollten wir Miami erkundigen, haben da auch was gesehen, weil wir für eine gewisse Sache was gespendet haben, wo er auch im Nachhinein bei der Polizei gesagt hat, das ist alles getürgt, wir hätten was gespendet, wir hätten das Geld zurückbekommen hintenrum und er hätte 10% kassiert, alles gelogen, erstunken. Immer sich schönreden, Arawad ist der Böse. Wie vernichte ich Arawad, wie vernichte ich das Bild? Das wäre natürlich krass, denke ich, Spendengelder nehmen, das ist ja diese Moistaktik, ja, Spendengelder nehmen, ein bisschen was spenden und den Rest an für sich beiden nehmen, das ist crazy, ja, gefährlich. Arawad komplett, dass ein Herr Füllgrafen mir glaubt und eine Frau Leister mir glaubt oder das LKA mir glaubt und das alles, was er sah, ist wie ob der Himmel aufgehangen ist und er ist gesandt worden und bumm, das ist die Wahrheit. Wie lange die Rede, kurzer Sinn, dann waren wir in Amerika, haben wir uns Amerika angeguckt, Miami besser gesagt nicht ganz Amerika, da waren wir am Essen, da war nice, ich, und ich weiß nicht, dass ihr euch vorstellt, wie es so anfing, das war glaube ich 2008, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau. Irgendwann rufte mich ein Kollege an auf seiner Wege und sagte, hey, hör mal zu, ich habe eine Öffnung, wie wäre es, bla bla bla, könnt ihr nicht kommen und so. Der Typ hat uns sehr, sehr oft geholfen. Ähm, da hab ich gesagt, ja klar, da meinte ich, hey Bushido, der hat uns angerufen, der will was eröffnen, warum wir hingehen. Ich mach doch keine Kanackengeschäfte. Ich war so am Telefon, ich guck ihn so an und hab einfach aufgelegt. So, kennst du Fremdschämen? Da hab ich gesagt, sag mal, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Keine Kanackengeschäfte? Ich glaube, du vergast, dass Kanacken dich dahin gebracht haben, wo du eigentlich bist. Und ihr müsst euch vorstellen, egal wo wir waren, in welcher Stadt, die Leute hatten gar keinen Respekt vor ihnen. Die wollten immer zu mir und dann kamen sie zu mir und dann hab ich gesagt, okay, ist Bushido ein Bruder von mir. Das wissen wir ja alle, ne, also ihr wisst ja alle, dass Bushido ein respektierter Mann war, wegen Arafat Abou-Chaka, 100%-Dinger, ne, weil die Leute hatten keine Angst vor Bushido. Ich glaub, kein Mensch hat sich, boah, Bushido, der ist so gefährlich, vor dem hab ich Angst. Nein, die hatten Angst vor Mr. A, B, C, Diger, einer von den Älteren von Micheli, ne. Von ihm haben die sich gefürchtet. Ich mein, ey, nicht, dass wir uns falsch verstehen, wir wollen ihn gar nicht kennenlernen, wir sind wegen dir hier, wir sind Kumpel und bla bla bla. Und so war es von Stadt zu Stadt. Und so hab ich ihn natürlich immer mitgezogen und, ähm, dass die Leute ihn kennengelernt haben, ihn respektiert haben, natürlich durch mich respektiert und akzeptiert haben, weil sie wollten nicht, sie standen da nicht wie so Dullis und wir sind Fanboys im Gegenteil, das waren gestandene Männer und die wollten eigentlich so viel, ja, mit ihnen zu tun haben. Dass er vergaß, dass er halb Tunesier ist, da er eh seinen Vater verleugnet hat. Nein, er vergaß nicht, dass er halb Tunesier ist oder dass er seinen Vater verleugnet hat. Das war für ihn, er dachte, er ist irgendwo, jetzt eine Nummer, weißt du, mit Kanacken. Aber er vergaß, dass nur Kanacken seine Musik gehört haben, seine Kanacken, die Besucher kamen. Oder die, die so waren wie Kanacken, auch Deutsche, die so, äh, wie soll ich sagen, die sich Kanacken benommen haben, weißt du, der war so, äh, ähm, die Leute haben ihn auch wahrgenommen, weil wir echt waren. Ja, nicht, weil er echt war, weil wir echt waren. Und, äh, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr mit gewissen Leuten rumläuft, dann denken die Leute, die sind genauso. Das war ja auch so ein bisschen die Strategie. Nicht nur die Strategie, er war auch wirklich, wir haben ihn wirklich als Bruder und Freund akzeptiert. Also, man muss das wirklich ehrlich sagen. Wie gesagt, da waren wir in Amerika und da war so eine Situation, da war so ein Schock, sogar nice. Ich hab gesagt, sag mal, Alter, geht's dir noch ganz gut? Schau, guck mich an, der ist voll abgehoben. Und dann, wo er gesehen hat, dass wir so, das so nicht begrüßen, gleich, so meine ich das doch nicht. Immer, wenn er erwischt wurde, wo er nicht so, wie soll ich sagen, so mit irgendeinem Dulli reden kann, ja, mit so einem Kay oder mit, keine Ahnung, so halt die Schnauze frisst, kack, kack, wo er es kann. Hey, nee, so meine ich das nicht. Hat er gemerkt, scheiße, wenn wir uns ja streiten, kann er ja sein, sein, sein Film nicht weiterziehen. Also hat er so immer so alles runtergeschaut, ob alles cool war. Die Masche lief auch sehr gut bei ihm, also schlecht war ich ein bisschen. Also will er sagen, Digga, Bushido hat immer sein wahres Gesicht gegenüber den gezeigt, die nichts gegen ihn machen konnten, Digga. Und einfach nichts dagegen gesagt haben, ne. Und dann geschaut, ob alles cool war. Die Masche lief auch sehr gut bei ihm, also schlecht war ich ein bisschen blauäugig oder grünäugig hinter den Ohren oder grün hinter den Ohren. Dann waren wir, glaube ich, Jahre später, ich weiß nicht wann, da haben wir mit Desjo was klargemacht mit Swiss Beats, sind wir wieder nach New York geflogen. Da ist Cosimo mit geflogen, Kay mit geflogen. By the way, heute ein TikTok darüber noch gesehen, Digga, wo K1 mit Swiss Beats war, da im Studio, wo er einen Song da aufgenommen hat, Digga, ne. Swiss Beats ist doch der Freund von... Hä? Mann. Ja, ja, äh, die Freunde, ähm, Swiss Beats, seine Freundin ist doch, seine Frau ist doch, äh... Er ist schon zehn Jahre, mehr zehn Jahre. Genau, 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 so. Er ist ja, 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 genau, genau, so. DJ Ramon ist mit geflogen, da waren wir in New York und Cosimo, mir glaubt, oder nicht, da war der Cosimo, war der Hit in New York. Jeder, weil er so ein bisschen ausgeflippt ist, der hat sich für nichts geschämt, der hatte so voll die ausgeflippten Sachen und ist, hat irgendwie in New York voll gepasst und mit seinen italienisch-englisch, war voll lustig. Wir haben ihn damals mitgenommen, weil der, es war auch voll der Entertainer, der hat uns entertainend, wir haben gelacht. Also ihn nicht verarscht, wirklich gelacht, der war... Ja, weiß ich nicht, Digga, also das, was ich gesehen hab, hat sich schon irgendwie so... Nach verarschen, nach verarschen, also das sah schon sehr nach verarschen aus, ne. Ja, weiß ich nicht, ob die immer mit ihm gelacht haben oder über ihn. Ich denk nicht, Digga, ich muss ja nicht sagen. Das war schon crazy. Ich hab wirklich gelacht, der war... Ich mochte Cosimo, ich mag ihn immer noch, ich vergesse die alten Zeiten nicht. Und Bushido, wie soll ich sagen, weil der Typ irgendwie in New York ankam. Bushido hatte vollen Hass auf ihn, warum? Weil er ist ja Bushido, warum wurde er denn nicht erkannt und warum Cosimo? Dann sind wir von New York nach Miami geflogen und dann hat er angefangen, nur Cosimo zu veräppeln. Irgendwann hab ich gesagt, hey, reicht doch langsam. Kay natürlich mitgezogen mit Bushido, weil er musste tief in den Arsch kriechen von Bushido. Ähm, da hab ich gesagt, hey, reicht der jetzt langsam, weil so geht das nicht. Ramon sagte, ja, so geht das nicht, wirklich scheiße. Und dann gleich haben sie angefangen, so, du, Punkt, 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 gerade Kay und Bushido. Da hab ich noch mal, was soll die Scheiße? Ja, war nur Spaß. Ich meinte, ganz ehrlich, dass... Wie können die mit jemanden abhängen und die dann auch ernst so fertig machen? Ja, sowas ist auch geisteskrankheit, ehrlich. Warum macht man sowas, ja? Ich kann auch nicht mit jemanden abhängen, Digga, die nicht auf ernst die ganze Zeit so fertig machen. So Bock dran, ich mach doch keinen Spaß. Null Spaß, also rassistisch, das ist ihr Spaß gewesen. Ähm, irgendwann sind wir kurz vorm Abflug, dann hat er so, äh, Bushido sozusagen eine Nacht-und-Nebel-Aktion, ist in Cosimus Zimmer reingegangen, hat seinen Ausweis geklaut, der hat einen italienischen Ausweis gehabt und hat einen übertriebenen Hakenkreuz mit in seinen Ausweis gemacht. Übertrieben, ganz großen Hakenkreuz. Ähm, wann haben wir es erfahren? Irgendwann ist Cosimo in sein Zimmer gegangen, wir haben gepackt die Sachen und wollten natürlich einen Abflug nach Deutschland machen. Der meinte Bushido so zu Cosimo, zeigt mal den Ausweis. Also warum? Zeig doch mal den Ausweis. Er zeigt den seinen Ausweis, sagst, aber was ist das, dein Hakenkreuz? Ich gucke ihn so an, äh, so, was hast du nicht getan, oder? Und er lacht sich kaputt und sagt, ich hoffe, die ficken dich am Flughafen. Ich hoffe, die machen das mit dir am Flughafen. War gut. Bushido war auch krass, Digga, ehrlich. Was hast du für einen Humor, sowas zu machen, ja? Oder kann sein, dass jemand richtig Probleme dafür bekommt, Digga, er macht das einfach, Digga. Sag, hoffentlich lassen die dich nicht da rein und so, nach Deutschland wieder. Bruder, wie geisteskrank muss man drauf sein, ja? Weil wenn diese Story wirklich, ich weiß, ich kenne die Story, die hat das schon mal erzählt. Wenn das wirklich so stimmt, die Arafat sagt, Digga, dann ist Bushido nicht normal. Bruder, das ist doch kein normaler Witz. Oder ein Loke. Schreibt Cosimo und fragt ihn. Cosimo, guck mich so an, ich meinte, was soll diese Schweinerei, was du abziehst? Stell dir mal vor, wirklich, die machen richtige Probleme, was soll das? Ja, die Spiele hat man mit 14 oder so gemacht, Digga, wo man unwissend war und so, ne? Aber als Erwachsener hat man sowas zu machen, das ist schon crazy. Irgendwo, die Armys verstehen ja keinen Spaß, weißt du? Wow, ist doch nur Spaß, wow! Dann haben wir versucht, aus diesen Hakenkreuzungen was anderes zu machen, dass er das ein bisschen so, ja, an der Grenze, also an der Pass, wie sich das auch immer ist, an der Immigration sozusagen sind wir hingegangen. Gott sei Dank ist nichts passiert, aber seitdem ist das auch das Verhältnis zwischen denen ein bisschen zerrüttelt. Und dann wollte er ein bisschen abgeschriechen, weil er gesehen hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Also nur, ich will euch nur damit zeigen, dass das der Spaß von Bushido, sowas ist Spaß. Jetzt kommen wir zu der Generalvollmacht. Es war 2010, warum sage ich euch das mit der Generalvollmacht? Es war 2010, Bushido verreiste, ich glaube in die Malediven oder auf den Malediven, nicht in den Malediven, auf den Malediven. Und wir mussten bis, also wir mussten unbedingt 2010 noch das zu unterschreiben, um die sozusagen, um die, was war das nochmal? Steuervorteile zu haben, dass wir das in 2010 die Steuervorteile haben. Er konnte nicht, die Verträge waren noch nicht fertig, also konnte er nicht vorunterschreiben. Dann waren wir beim Notar, Steinpilz, den er übrigens nicht entbinden will. Er wollte ihn auf Teufel raus nicht entbinden, das ist mein Telefon, deswegen gucke ich immer die ganze Zeit, auf Teufel raus nicht entbinden. Dann waren wir beim Notar, da meinte der Notar Steinpilz, ja du kannst ihm eine Vollmacht geben, eine Generalvollmacht. Da habe ich gesagt, ja okay, wenn das geht, ist okay. Dann meinte er, gut, du kannst ihm auch eine Generalvollmacht geben, wenn du immer nicht da bist, dass er sozusagen auch deine Geschäfte führen kann und deine Sachen machen kann und und und. Dann meinte ich, okay, mir ist es egal. Doch, er ist mein Bruder, ich vertraue ihm, alles schon gut, hat er mir eine Generalvollmacht gegeben. Ohne Begrenzung, ohne nichts. Ich habe sie auch nie missbraucht, noch nie. Ihr müsst euch vorstellen, ich hätte mit der Generalvollmacht ihn alles wegnehmen können, was ich möchte, okay. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist heiraten. Und wer die Generalvollmacht begrenzt, würde es drinnen stehen, sie ist begrenzt auf ein Geschäft. Null Begrenzung, solange es gut lief. Bruder, ein Generalvollmacht, Digga, mit null Begrenzung, Alter. Da musst du der Person echt richtig blind vertrauen, ne. Und das muss ja Bushido gemacht haben, Digga, zu diesem Zeitpunkt. Weil welcher Mensch macht sowas, der jemandem nicht so vertraut, ja. Bruder, der kann alles machen, was er will, Digga, mit Bushido sein, na. Das ist schon crazy. Alles super. Er war im Urlaub, ich habe für ihn unterschrieben, dann habe ich ihm gesagt, hör mal zu. Wir müssen auch unsere Vereinbarung unterschreiben, weil es gibt Leben und Tod, ja. Meint er, ja, du hast deine Generalvollmacht, kannst du damit unterschreiben. Alles gut, okay. Ich habe nichts, aber denkst du, Bushido hat ein Testament von ihnen auch Arap wird irgendwie mal reingeschrieben, Alter? Er kann noch ändern, er lebt noch. Ja, 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 aber denkst du, es gab mal so eine Zeit, wo ich glaube, wir da schon irgendwie vorstellen, ja. Wenn nicht, dann... Ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, ne, die waren ja so, Brüder. Kann sein, er hat das Testament geschrieben, Digga, wenn er steht, Arapatik, das und das und das und das. Das kann wirklich sein, ne. Der war ganz wild drauf. Ich habe gesagt, getan. Dann haben wir, weil wir öfter weg waren, also Bushido und ich, haben wir, mein Bruder Rommel, eine Unterkündereifelmarkt gegeben. Warum, falls wir nicht da sind, dass er dann unterschreibt. Immer nur, also wirklich auf Vertrauensbasis und Gott sei Dank, Gottes Zeuge. Es wurde auch nie was anderes damit gemacht, ja. Nie, ich habe ihn weder was weggenommen, obwohl ihm wir im Streit waren, ja. Hätte ich sie ausnutzen, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe mich an Vereinbarung eingehalten. Punkt. Was ist aus dieser Generalvollmacht passiert? Was hat er daraus gemacht? Aber ich glaube, dass das kann wirklich stimmen, was Arapat sagt, weil ich habe in Bushido seine Richtung noch nie irgendwas darüber gehört, Digga, ne. Noch nie, dass er das ausgenutzt hat oder so, Digga. Aber wenn das der Fall wäre, hätte Bushido schon einmal gesagt. Ja, 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 das ist ja das Ding, ne. Wäre das irgendwie, hätte das irgendwie gestimmt, Digga, hätte das auf jeden Fall gesagt. Ja. Oder bei der Vollmacht, Digga, er kann einfach alles machen, was er will, Digga. Wenn er will, er zieht Kredite auf Bushido. Bushido kann nichts machen. Er hat dann bei der Polizei gesagt, diese Generalvollmacht ist begrenzt. Nur für das Projekt Rüdersdorf. Die Polizei hat das natürlich mit Handkuss aufgenommen und gesagt, Arapat hat versucht, Prozessbetrug zu machen. Er hat etwas unterschrieben, was nicht erlaubt war und 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 und. Dann sage ich meinem Anwalt aber, wenn die begrenzt ist, das steht doch drin, also es ist eine materielle Vollmacht. Also was soll der Scheiß? Ich verstehe das nicht. Dann hat er gesagt, nein, sie war nur begrenzt auf Rüdersdorf. Also er wollte sie auf Teufel komm raus begrenzen, dass alles nicht stimmt. Ja, weil du hast mir ja vollkommen vertraut. Ich hätte ja wirklich dir alles wegnehmen können. Ich nehme dir alles weg, stimmt zu der aus. Aber ich habe damit nichts gemacht, weil ich bin nicht du, okay? Ich bin nicht du. Ich hätte es offiziell machen können, ja? Du machst Prozessbetrug und willst mich beklauen inoffiziell, aber offiziell vom Staat. Was hat die Polizei daraus gemacht? Ich habe eine Anzeige bekommen wegen Prozessbetrug. Wurde eingestellt. Ich habe eine Anzeige bekommen wegen Fälschung, wegen Fälschung des Vertrages. Also ist dieser Vertrag zum Forensiker gegangen nach München, ja? Und der Forensiker hat gesagt, ist alles echt? Boom, eingestellt. Was hat Vöggraf weiter gemacht? Hat mich mehrmals angezeigt, um Verfahren zu eröffnen. Wie, wenn ein Verfahren offen ist, ja? Kann er mich immer durchleuchten. Er produziert Verfahren für Verfahren. Ja. Übrigens ist immer noch so. Er macht das immer noch. Seit 2004, ja? Jetzt hat er ein Bushido und er zeigt mich an in etlichen Sachen. Obwohl diese Generalvollmacht ganz einfache Lösung. Entbinde Steimpels von seiner Schweigepflicht. Steimpels kommt, du kannst mich ganz leicht als Lügner enttarnen. Dann sagst du, hör mal zu. Wie ist der Notar? Ich habe die Generalvollmacht gemacht für ein Geschäft Rüdersdorf. Er hätte das bezeugen können. Erledigt. Ich wäre am Ende. Fertig. Du hättest in jeglicher, jeglicher Sache gewonnen. Du hättest ihn nur entbinden. Bis heute willst du ihn nicht entbinden. Nein. Geht er mit seinem Anwalt irgendwann in sein Büro vor anderthalb Jahren. Ja. Er zählt noch bei Gericht. Wir sind da hingegangen und haben gesagt, wo ist meine Generalvollmacht? Und er hat sich angeblich voll in die Hosen gekackt. Er erzählt das so frei rum. Aber er erzählt das. Ja. Dann sagen wir immer, entbinde ihn doch und dann soll er das doch bezeugen. Ich möchte ihn nicht entbinden. Er will immer vor Gericht sagen, ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht. Du hast nie jemanden entbunden. Das ist dann natürlich Sass, Digga, ne? Wenn du Recht bei einer Sache hast und einen Zeugen dabei hast, warum solltest du den Zeugen nicht sprechen lassen, Digga? Warum? Was spricht dagegen? Außer es stimmt nicht, ne? Und der könnte dich irgendwie auseinander nehmen. So wie das schon der Fall war. Boah, weil er hat doch erzählt, ja, Bushido hat jemanden die Frage, die haben doch jemanden gesucht, Digga. Wo Bushido gesagt hat, die Person war dabei und so dies, das, Digga. Die haben die Person gefunden und die Person hat gesagt, das stimmt gar nicht so wie Bushido das erzählt hat. Das könnte das Einzige sein, ne? Warum er die nicht, ähm, reden lässt. Einfach entbinden. Und ich bete die immer noch, entbinde ihn. Er enttan mich als Lügner. Wo ist dein Problem? Wie die Bänder? Warum hast du nicht, warum hast du nicht erlaubt, die Bänder offiziell von deiner Seite aus zu hören? Nein! Richterlicher Beschluss gefallen, dass sie sie hören, ob du willst oder nicht. Das ist der Unterschied. Du wolltest nie irgendjemanden, äh, Bintak, ja? Aber diese Bänder sind auch schon eklig, ne? Digga, wenn ich eine Aufnahme mache, dann weiß ich ja ungefähr, wie ich zu reden habe, damit ich mich selber nicht belastet, Digga. Das ist ganz logisch, ne? Das ist ein taktischer Schachzug von Arafal auf jeden Fall gewesen, ne? Er weiß, Digga, er kann Bushido da und da aus der Reserve locken, macht er Aufnahmen, Digga, redet so und so und dann hat er Bushido. Fertig. Ganz einfaches Ding. Bintak, wolltest du auch nie entbinden. Hast auf seiner Zunge gelogen, bist du umgeht nicht mehr. Du wolltest nie jemanden entbinden. Auch wie mit der Generalfallmacht. Du hast mir eine Generalfallmacht gegeben, ja, stimmt. Und dann kam, erzähl du kurz zu, der Stern hat entdeckt, es gibt eine Generalfallmacht in Rüdersdorf, mit einer Vollmacht von meinem Bruder Rommel, der auch für uns was unterschrieben hat, weil wir nicht da waren. Dann hieß es überall in der Presse, er hat sein Leben verkauft, am Tag. Scheiß auf sein Leben, Alter. Dann fing das an mit den ganzen Schlagzeilen, okay. Dann hat die Anwältin gesagt, scheiße, wir müssen uns dagegen wehren. Eigentlich hat die uns voll verarscht. Die hat Kohle kassiert ohne Ende. Ich verstehe nicht mal, warum. Dann hat Bushido und ich gesagt, sag mal, aber was haben wir falsch gemacht? Ja, weißt du, wie das aussieht? Aber ist doch scheißegal, das ist eine Generalfallmacht. Er hat sie mir gegeben. Wo ist das Problem, wenn zwei Geschäftsleute eine Generalfallmacht geben? Ich missbrauche sie ja nicht. Von mir aus, nehmen sie doch zurück. Sagt er, nein, ist doch scheißegal. Wen interessiert das? Ist doch unsere Sache. Dann hat sie gesagt, nein, wir müssen, wir müssen, wir müssen es anders machen. Wir müssen so tun, ob ich ihnen eine gegeben habe. Ich meinte, aber ich will nicht so tun. Weil es nicht stimmt. Wenn du eine haben willst, kriegst du eine. Er so, nein, ich möchte keine. Aber was soll das? Also standen wir da so, wie so zwei Vollidioten, wo wir uns rechtfertigen müssen, obwohl wir sagen, nein, es war so. Weil die Presse wieder einen riesen Fass gemacht hat. Also was wurde getan? Dann hat die eine Anwältin den Anwalt angerufen. Kannst du so, 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 so machen? Der andere Anwalt sagt, ich mach das aber nicht. Der Notar. Dann meinte der andere Anwalt, aber ist doch nur eine Schriftlüge. Die wird nicht geahndet. Dann meinte er, wenn das so ist, dann wurde ein anderer Anwalt noch eingestaltet. Ja. Und ja, gesagt, getan. Wurde was geschrieben. Nicht notariell. Dann wurde der Zeit sozusagen den einen Journalisten, der wurde angelogen, bewusst angelogen, dass sozusagen die Schlagzeilen sozusagen wieder runter gehen und das Bushido, weil Bushido stand da in der Presse wie so ein, ja, er hat seine Seele verkauft und bla 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 bla. Ja, ganz ehrlich. Das weiß ich noch ganz genau, Digga, dass sowas in der Presse stand, ne? Dass Bushido seine Seele verkauft haben, weil die die Generalvollmacht haben. Aber das ist auch schon krass, Digga. Ehrlich, Generalvollmacht. Bruder, er kann machen, was er will. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe ihm gesagt, wenn du willst, gehen wir jetzt zum Notar. Ich gebe dir genauso eine Generalvollmacht. Und von mir aus können wir die öffentlich machen, dann können die uns am Arsch schlägt. Nein, ich beuge mich niemandem. Ich meine, ich mich auch nicht, aber ich weiß nicht, was hier für einen Film gespielt wird. Ich weiß auch nicht, was die Anwältin hier für einen Film macht. Dann sind wir vom Gericht zu Gericht gegangen. Wer hat kassiert? Natürlich nur die Anwältin. Wir haben ein Verfahren nach dem Ende verloren. Nur Kosten. Nur Kosten. Nur um jemandem das Recht zu machen, obwohl uns das Scheiße gab. Irgendwann, wir müssen noch weiter. Ich meine, ich gehe nirgends mehr weiter. Ich mache gar nichts mehr. Ist mir scheißegal, was die denn. Dann, Jahre später, wo der Streit dann war, war ich derjenige, der angeblich die Generalvollmacht missbraucht hätte. Ich weiß nicht, in was. Es war nur beschränkt auf Rüdersdorf, weil er wäre ja unglaubwürdig, wenn jemand den anderen eine Generalvollmacht gibt. Ist ja ein Vertrauen da. Ein absolutes Vertrauen. Ihr habt ja das Video gesehen, was er selber gesagt hat. Aber er musste ja alles umändern. Er musste es so darstellen, dass das nicht stimmt. Er war nur begrenzt auf ein Geschäft. Es war nie begrenzt. Und jegliche notarielle Vollmacht oder egal was, wenn eine Begrenzung drin wäre, würde es in der Vollmacht drin stehen. Er würde stehen, eine Generalvollmacht, begrenzt auf das und das Geschäft oder Objekt. Punkt. Dann ist sie begrenzt. Aber er stand nicht da. Wie gesagt, außer heiraten seinen Namen, hätte ich machen können, was ich will. Aber ich habe nicht. Das ist der Unterschied. Ich habe nicht. Aber unglaubwürdig zu sein vor Gericht. Hat er so getan? Nein. Nur begrenzt. Weil würde er sagen, ja, habe ich. Dann würde jeder Richter sagen, Alter, du hast ihm Vertrauen, du bist keine Ahnung was. Und jetzt auf einmal würdest du uns vorgucken, dass ich so ein böser Typ bin? Oder dir erzwungen habe, alles zu machen? Habe ich dich auch gezwungen, Geld zu verdienen? Nein, habe ich nicht. Das wollte ich euch mal vorab erzählen, was die Generalvermut ist. Und wie gesagt, das hat er selber ausgesagt. Hiermit wollte ich mich dann auch verabschieden. Ja, es reicht für heute. Nein, ich weiß nicht. Nein, hat jemand, bevor wir zum anderen Thema gehen, hat jemand noch irgendwie Fragen? Kannst du mich auch zwingen, einen Pool zu haben? Ich finde das am jeweiligen sehr interessant, Digga. Und auch sehr unseriös von Mushiro, dass er so Filme wegen sowas macht, ja. Und auch nicht die Leute ranholen will, die irgendwie dabei gewesen waren und irgendwie Sachen bezeugen können, Digga. Das macht ihn halt sehr unglaubwürdig bei der ganzen Sache, ne? Oder wenn du wirklich die Wahrheit sagst, Digga, dann hast du kein Problem damit, dass Leute, die dabei waren oder Leute, die irgendein Wissen haben, was keiner haben kann, auch eine Aussage tätigen, ne? Ja, da spielt Arafat echt sehr in die Karten für seine Glaubwürdigkeit, finde ich persönlich. Das ist schwach von Mushiro. Das verstehe, Alter. Nein, nein, ich hab den Pool, er wollte ihn nicht, ich hab ihn sozusagen, ich hab ihn gebaut, obwohl... Ja, das ist auch geil, Digga. Arafat zwingt einfach, Mushiro Pool zu bauen. Kann mich auch jemand zwingen dazu, Pool zu bauen und am besten auch die Kosten lieber nicht? Ich mach ihn direkt, ne? Ich hab heute den Pool abgeholt. Ja, achso, ja, hab ich auch mitbekommen, den Pool. Den kompletten Radbapp hat er. Er wollte auf keinen Fall irgendjemanden entbinden. Ja, jahrelang hat er auf Geheule getan, geweint, von Doku zu Doku gesprungen. Hat er die Podcast gemacht, wollte mich auch jahrelang als Islamist darstellen. Und wenn, ich bin auch ehrlich zu euch, ich bin null vorbereitet, ich geh nicht vorher durch, was ich rede, was ich sage, ich hab hier keine Notizen, ich mach das Freischnurz. Weil Lügen, kannst du vergessen, die Wahrheit bleibt immer die Wahrheit. Bei KSFM hat er... Ihr habt ja selber gehört, ich muss es ja nicht wiederholen, aber das war ja... Vielleicht hab ich ihn... Vielleicht ist, wie er gesagt hat, mit dem Band. Vielleicht ist er gefälscht. KI. Ich verstehe auch gar nicht, wie man so einen Rassisten, wirklich einen Narzissten, einen Lügner, überhaupt eine Plattform geben kann. Und das Schärfste ist, ich hab ja gehört, er ist ja gerichtlich oder er hat ne... Was hat er, wen hat er abgemahnt? Irgendjemand hat er abgemahnt, er sei kein Versicherungsbetrüger. Du wurdest wegen Versicherungsbetrug verurteilt. Du hast eine Bewährung bekommen wegen Versicherungsbetrug. Da kann man das nennen, wie man möchte, Betrug oder nicht Betrug. Du wurdest verurteilt wegen Versicherungsbetrug. Und wie gesagt, ich warte immer noch. Du wurdest wegen Versicherungsbetrug verurteilt zur Bewährung. Und dass du dich beschwerst, dass deine Frau und deine Schwiegermutter, ja, dass ihr gemeinsame Sache gemacht habt. Und wegen das Diamantenarmband. Ujiru, du hast mir 2017, hast du mir das Diamantenarmband übergeben. In meine Hand. Da war Wa'el. Wa'el al-Naqib war dabei. Nicht vergessen, ja. Wo du im Gericht gesagt hast, ich kenn keinen Wa'el. Wa'el war der Junge, ich sag dir nur, weil du irgendwelche Wa'els, irgendwelche Dies, das war der Junge, der immer neben deiner Mutter stand. Immer neben deiner Mutter stand. Hast du vergessen? Aber ja. Da du dir sowieso nichts aus deiner Mutter gemacht hast. Weil würdest du deine Mutter ehren, nur ein Prozent, würdest du keine anderen Mütter beschimpfen. Ja. Weil du wirfst Ausdrücke gegenüber anderen Müttern. Also musst du erwarten, dass die Leute deine Mutter Ausdrücke sagen. Aber das, weil du, weil du, ja, du tust immer so oft mitleiden. Und meine Mutter, Jahrestag, du hast dich noch nie für deine Mutter interessiert. Nur zur Information. Würdest du dich für deine Mutter interessieren, würdest du keine andere Mütter beschimpfen. Weil dann würde keiner deine Mutter beschimpfen. So würdest du deine Mutter lieben und beschützen. Ja, aber man muss auch sagen, Arafat hat das auch so in den Rücken gestärkt, Digga, damals. Ja, natürlich. Hat er zugelassen. Natürlich. Und Arafat hat gesagt, oh, bestimmt die ein oder andere Mutter. Was spielst du, Digga? Also das ist jetzt das Argument, Digga, weiß ich nicht. Lassen wir das mal weg, Lieber. Oder das Argument kann man auch auf ihn beziehen. Muss man sagen, 100 Prozent, ne? Deine Mutter lieben und beschützen. Hauptsache hast du mir 2017, weil du Schuss hattest, dass irgendeine Razzia kommen bei dir. Und das Armband finden, das Diamantenarmband, okay? Was du, wie Steven es gesehen hat, unterm Blumenbeet oben, wo du geschlafen hast, versteckt hast, dann hast du es mir gegeben. Du hast mich darum gebeten, es zu verkaufen. Dann bin ich an der Kahnstraße gegangen und habe es jemand angeboten. Ja, ich habe es jemand angeboten und er hat dir, ich glaube, 100.000 Euro wollte er dafür zahlen. Dann habe ich dich angerufen und habe dir aber gesagt, aber hör mal zu, der Typ sagt, das Ding ist viel mehr wert. Es ist schade, wenn du es verkaufst. Krass. Dann sagst du, willst du es verkaufen, ja oder nein? Dann hast du gesagt, nein. Aber kannst du es bitte noch ein paar Tage bunkern bei dir? Da dachte ich mir, Alter, wenn ich es bei mir bunkern, dass sie bei mir das erwischen, dann bin ich ja am Arsch. Dann hab ich es nicht bei mir gebunkert. Dann habe ich es weile gegeben. Er hat es für zwei, drei Tage gebunkert. Das ist ja auch nicht fest. Er hat es auch nicht genommen, Digga. Damit er nicht die Schuld auf sich bekommt. Nein, Digga. Das ist crazy, Bro. Das ist nicht, Digga. Entweder trinkst du die Strafe, aber dann weiterzuleiben, Digga, weiß ich nicht, Digga. Alhamdulillah, hab ich es nicht bei mir gebunkert. Dann hab es Waila gegeben. Er hat es für zwei, drei Tage gebunkert. Nach zwei, drei Tagen ruft mich Waila und sagt mir, Arafat, ich will das Ding nicht bei mir zu Hause haben. Dann hab ich dich gespürt. Digga, alle, keiner wollte dieses Diamantenarmband haben. Ja, für sich ausgedrückt, ne? Ja, ja, klar. Hätte dir es mir gegeben, Digga. Ich hätte es beiden nicht. Jetzt aber auch nicht mehr zurückgegeben. So ein Ding. Ich hab dir angerufen. Dich. Und wir haben uns getroffen. Und ich hab's dir zurückgegeben. Dir persönlich in deine Hand. Vielleicht rennst du ja zur Polizei und sagst, vielleicht hab ich das ja auch geplant mit den Diamanten. Aber ich hab keine Kohle kassiert, komischerweise. Dir zurückgehen muss ich wieder. Und dann, wo du und deine Frau angezeigt haben. Wo die Polizei entweder am 20.11. oder 22.11.18 bei mir eingeritten ist. Einen Tag davor, weil ihr wusstet, dass nächsten Tag bei mir die Leute einreiten. Deine Frau ohne SMS geschrieben. Du hast mich gewarnt. Deine Frau, ey, ihr habt noch das Armband. Du hast jetzt sogar vor deiner eigenen Frau das Armband versteckt. Du hast nicht mal deine Frau erzählt, dass du das Armband zurückgekommen hast. Vielleicht hätte sie es ja haben wollen. Und dann willst du eine Unterlassung, dass das nicht stimmt. Geh doch bitte gegen mich vor. Ich bitte dich doch, geh gegen mich vor. Weil ich werd die Person, der Zeuge, der mit dir auf dem Boot war. Mit dir auf dem Boot und deiner Schwiegermutter und deiner Frau. Nehmen wir dich erzeugen. Und die Firma sogar. Oder der Bootsverleih. Wo du sagst. Ja? Geh gegen mich vor. Ich bitte dich, wie Baby Luxury, wo deine Frau Gesellschafterin, wo der Herr Füllgraaf dich angehalten hat und knapp 400.000 gefunden hat. Wo du, wo er dich angehalten und dich begleitet hat zu Baby Luxury, bist du zu Gregor gegangen, hast Gregor das Geld gegeben, hast sie in die Hosen geschissen. Warum? Weil du musstest ja tun, ob du die Ware bezahlst. Dann bist du nach Hause gefahren. Hast gewartet. Gezappt. Haut Gregor ab oder nicht. Aber Gregor kam nach einer Stunde, hat dir das Geld gegeben. Dann hast du liere Kartons getragen. Mit deiner Frau, Steven. Und der eine Zeuge, der schon wieder da war. Und dann hast du getan. Ups. Schön, Kamera hinten, liere Kartons getragen. Dann hast du getan. Oh. Alles geklaut. Die Polizei weiß das. Die Staatsanwaltschaft weiß das. Nix. Keiner hat dich angeklagt. Anscheinend hast du Nahrungfreiheit. Ein Betrüger. Das ist Versicherungsbetrug. Digga, ich muss sagen, ich glaube Arafat hat nicht alles, was er erzählt. Nicht 100% alles. Aber was hat er erzählt und auch, dass er oft auch Leute einbinden kann, die das gesehen haben oder bezeugen können, ist halt krass. Das spricht halt krass für ihn. Nein, noch bisher finde ich beides. Nein, aber vor Gericht. Er will doch diese ganzen Leute holen und so, Digga. Ich finde, das spricht für ihn. Muschino hat Angst, dass irgendwelche Sachen abgespielt werden, dass irgendwelche Zeugen kommen und das spricht 100% gegen ihn. Aber Arafat sagt jetzt, ich habe Beweise und Beweise. Bis jetzt haben wir noch nichts gesehen. Ja, wir haben noch nichts gesehen. Ja, wir nicht. Und zeigen. Ja, wird er auch bestellt. War in der Content für zwei Jahre, Digga. Jetzt alles zeigen, wäre jetzt auch nicht so schlau. Aber ein bisschen. Man zeigt ein bisschen. Auf jeden Fall muss er, dass man ihn glaubt, muss er eigentlich was. Ja, klar. Er muss auch ein paar Sachen zeigen. Aber da ist alles wieder anders. Aber ich finde echt, das was er redet, spricht alles mehr für ihn als für Bushido. 100%. Bruder, der nimmt Bushido echt gut hops, ja. Kann man schon mal so sagen. Und sowas nennt man Versicherungsbetriebe. Da kannst du drehen und wenn du, wie du möchtest. Bruder, die WhatsApp-Chats, Bruder, die müssen wir echt sehen, ja. Soll ich weitermachen? Das ist Kleinigkeiten, was du da gemacht hast. Kleinigkeiten. Aber dass du dann eine Abmahnung machst, dass man dich nicht so nennen darf. Mann mich doch ab. Ich bitte dich mal. Du willst doch gegen das Buch vorgehen. Geh doch gegen das Buch vor. Ich verstehe nicht, warum du das nicht machst. Du bist doch der Saubermann. Du bist doch der Korrekte. Aber wenn du in Bredouille kommst, also wenn ihr merkt, dass kein Ton von ihnen rauskommt, er sagt nichts mehr, dann könnt ihr auf sein Instagram gehen, dann postet er wieder Kinderfotos. Deine Kinder tun mir, Wallah, leid. Möge Allah sie recht leiden. Deine Kinder tun mir wirklich leid. Ungelogen. Nutze sie nur weiter aus. Nutze den Jahrestag deiner Mutter aus. Den Todestag deiner Mutter. Mach das alles. Aber wie gesagt, ich habe dir was gesagt. Ich werde dich enttarnen. Punkt. Kommen wir zu dem Thema. Bushido hat eine Schwester. Ihr wundert euch, warum erwähnt er nie seine Schwester, nie seinen Bruder. Als halt ist es zerrüttetes, keine Ahnung was. Wo seine Mutter verstarb, sogar wo seine Mutter verstarb davor, hat sie ihm nicht gesagt, dass er eine Schwester hat. Er wusste es nicht. Eines Tages kommt er zu mir und sagt mir, ah, ich muss mit dir reden. Du was denn? Ich habe eine ältere Schwester. Was? Wie? Bist du dir sicher? Das hat ihm dann seine Tante erzählt. Die haben das die ganzen Jahre vor ihm verheimlicht. Hä? Aber warum verheimlicht man sowas, Digga? Warum haben die das ihm nicht einfach erzählt, Digga? Das ist auch krass. Einfach, er hat eine Schwester, Digga, Halbschwester wahrscheinlich und er weiß nichts davon. Das ist heute nicht warum. Ungelungen. Die ganzen Jahre haben sie verheimlicht, dass er eine Schwester hat. Irgendwann habe ich sie kennengelernt. Ungelungen? Ne, ne, ähm, Schwester nicht von seinem Vater. Nur Schwester von seiner Mutter. Eine sehr nette, sehr sehr nette Frau. Hat sehr liebe, nette Kinder. Ihr Mann ist ein sehr sehr netter. Komischerweise habe ich, die kamen auch manchmal zu Konzerten und Auftritten und haben wir die gesehen. Immer lieb, immer nett, zuvorkommend. Mich wundert nun, warum hast du nie was über die erzählt? Auch in der Öffentlichkeit. In deiner Doku. Dein Bruder. Selja. Mein lieber, guter Junge. Ungelungen. In der Öffentlichkeit muss man das nicht unbedingt erzählen, ne? Das ist gar nicht so wichtig, Digga. Man muss ja nicht der ganze Welt erzählen, dass man Geschwister hat. Kann man machen, wenn man will, so. Aber es kommt auch auf deren Verhältnis an, ne? Die hatten ja auch lange kein Verhältnis zueinander, weil das denen verschwiegen worden ist. Ich glaube, das ist auch eine komische Situation, ne? Irgendwann zu erfahren, dass du Geschwister hast, obwohl du die ganze Jahre alleine warst, Digga, ne? Schon ne komische Situation. Auch in der Öffentlichkeit. In deiner Doku. Dein Bruder. Selja. Mein lieber, guter Junge. Ungelogen. Ich meine das richtig ernst. Sein Bruder ist echt ein guter Junge. Sein Bruder liebte auch wirklich seine Mutter. Man hat das gemerkt und gespürt. Weil er hat alles für seine Mutter getan. Mich hat gewundert, dass sein Bruder nicht für dich gelogen hat. Weil er ein ehrlicher Typ ist. Weil dein Bruder weiß, was Sache war. Du bist nicht der Korrekt. Wo du das Geld immer gebunkert hast, im Keller. Das Schwarzgeld von dir. Versicherungsgeld. Konzertgelder. Wie gesagt, Serjan war ein wirklich, wirklich, wirklich lieber Junge. Richtig korrekt. Ich hab ihn auch, ich glaub seit Streit haben wir uns auch nicht mehr gesehen. Er war auch ein Mieter bei mir in der Kilmannstraße. Er hat gegenüber seinem Bruder gelebt. Aber er ist nur dahin gezogen wegen seiner Mutter, dass er in der Nähe seiner Mutter war. Serjan war auch zum Beispiel, wo seine Mutter verstand im Krankenhaus. Er war immer am Start. Er hat sich immer wirklich drum gekümmert. Und wo Bushido die ganzen Schwarzgeiler, die er mir vorgeworfen hat, wegen Konzerte und Gigs. Wo du dir ja gezählt hast mit Steven und Hamoudi. Weil du ja Geschäfte gemacht hast. Mit dem einen. Stefan. Ich hab auch seinen Nachnamen. Kommt auch noch. Und Gott sei Dank, Alhamdulillah, ich hab nichts damit zu tun. Da könnt ihr auch diesen Stefan holen. Jeden anderen. Also haben sie vom Keller 950.000 Euro geholt. Weil er das Geld, immer das Schwarzgeld, was er mir in die Schuhe hat. 950.000 Euro schwarz gelagert, Digga. Ist schon ein guter Stapel an Geld, würde ich mal sagen. Heftig, Alter. Oder dem Mann ging's gut, Digga, ne? Pablo Escobar hat nicht mehr so viel Schwarzgeld in sein Keller. Schuhe geschoben hat. Das Mail zum Baxgeld, die 170.000 von der Schweizer Firma. Ihr sagt euch nicht viel, aber es kommt noch alles. Die ganzen Auftritte, die Türkei-Gelder. Du hast ja nichts damit zu tun, das war immer alles ich. Du bist ja ein Unschuldslamm. Da hast du deine Gelder, dann hast du angefangen Geschäfte zu machen. Und hast 300.000 investiert. Hast jede Woche 25.000 Euro bekommen. Schwarz. Und kam diese 25.000 Euro, mal zu spät. Guck dir mal an, was für ein Taktiker der Typ ist. Ich weiß von nichts, der verdient Geld. Ist doch in Ordnung sein Geld. Aber wenn der Typ zu spät bezahlt hat, hat er mir gedroht. Aber ich weiß nichts. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Und behauptest, ich hätte IGG-Gelder in meiner Tasche gelegt. Behauptest, ich hätte die Konzertgelder in meiner Tasche gelegt. Behauptest, ich hätte die Merchandising-Gelder in meiner Tasche. Man, du bist so ein armer Kerl. Aber so clean glaube ich nicht, dass Arafat ist, Digga. Der hat doch auch sein Schwarzgeld irgendwo gemacht und auch irgendwo gelagert, Digga. Oder kannst du dir vorstellen, dass Arafat in der Zeit, wo die Millionen verdient haben, kein Schwarzgeld akzeptiert hat? Digga. Bei aller Liebe. Klar, aber kannst du ihm das nachweisen? Ja, das ist das Problem, Digga. Weil Arafat hat das bestimmt nicht mitbekommen. Und die, die es mitbekommen haben, wenn es so war. Hat er bestimmt mitbekommen, vielleicht hat er keine Beweise dafür. Man, die hat sich damals bestimmt vieles erzählt, Digga. Aber irgendwann hat Arafat gemerkt, ey, es könnte so passieren, dass es auseinander geht zwischen uns beiden. Und dann ist er dagegen vorgegangen und hat auch diese ganzen Aufnahmen gemacht. Weil er wusste, es könnte zu einem Bruch kommen, eventuell. Das war schon ein Smart von Arafat, ne? Du bist so ein armer Kerl. Da frage ich mich, wo ist das ganze Geld? Wenn ich alles in meiner Tasche habe, du tust mir echt leid. Ungelogen. Ja, das zur Beschiedung. Also, das ist ein Prozent. Ihr merkt, es ist nur nicht auspacken, das ist nur so Pille-Palle. Ich habe auch meine Gründe, wie ich auch langsam anfange. Das hat alles seinen Grund. Ja. Also wie gesagt, weil er sagt, ich soll mein Leben in Ruhe leben. Warum erzählst du nicht den Leuten, dass wir noch Zivilprozesse haben, Strafprozesse? Weil du bist ja so. Du gehst erst raus. Ja. Ich habe gewonnen, habt ihr gesehen. Ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht, habe ich euch ja alles erzählt. Und wenn du dann verlierst, bist du ganz klein wie eine Maus. Ganz klein. Erzählst nichts. Es ist wie ein Bursch Harifa. Erinnere mich an dich, wenn du FIFA spielst. Wenn du gewinnst, bist du laut, dann verlierst du ganz klein wie eine Maus. Ja, aber bei mir ist es nur Gewinn. Ganz klein wie eine Maus. Deswegen bin ich immer laut. Ist auch nichts. Ob er Kontakt mit seinen Geschwistern hat, ich glaube nein. Sonst wären sie irgendwie auf dem Konzert oder man hätte sie gesehen. Und ganz ehrlich, ich will euch nur was sagen. Weil so viele Leute schreiben mir, die haben dich in Hamburg auf dem Konzert gesehen. Deine Frau stockbesoffen hat sich nicht um die Kinder gekümmert. Und dich hat das nicht... Bitte schreib mir das. Das interessiert mich gar nicht. Ich will damit gar nicht anfangen. Ich sage nur, deine Kinder tun mir wirklich leid. Du verkaufst sie mir... Ah, das ist aber dann nicht korrekt. Wer nichts damit zu tun haben will, dann erwähnt man auch nicht mit deinen Frau stockbesoffen und so schreiben. Einfach sagen, schreib mir nichts. Wo es geht, du hast da genug Geld, warum verkaufst du sie? Unnötig. Aber dann wunderst du dich, wenn einer über sie redet. Dann schützt sie doch einfach. Schützt sie doch. Du bist doch der Vater, du bist doch verantwortlich dafür. Schützt doch deine Kinder. Eltern sind dafür da, um ihre Kinder zu schützen. Vor allen zu schützen. Ob vor Auge. Ob vor irgendwelchen Pädophilen. Ob vor irgendwelchen Neidern. Ob vor irgendwelchen Leuten, die vielleicht sie beleidigen könnten. Deswegen heißen wir Eltern. Wir Eltern haben eine Verantwortung. Klar, wenn sie erwachsen sind und die Scheiße bauen. Aber du hast wenigstens das getan, was du tun musst. Dass du sagst, okay, ich habe mein Kind erzogen bis zu einem gewissen Alter. Ab jetzt übernimmt er seine Verantwortung selber. Klar, ich renne immer noch hinter meinen Sohn. Auch wenn er Scheiße baut. Versuche ihn wieder zurückzuholen. Aber so. Ja. Ob ich blauäugig war die ganzen Jahre? Nein, war ich nicht. Ich wusste ja nichts davon, dass er zum Beispiel dieses Diamanten-Narmband gemacht hat. Früher mit seiner Schwierigkeit. Ich schwöre bei Allah, ich wusste es nicht. Ich habe es erfahren in 2017. Wo er Schuss hat und hat mir gesagt, ey, das Diamanten-Narmband muss weg hier. Diamanten-Narmband? Ich wusste nicht mal, dass er so eine Film gemacht hat. Dann gab es einen Streit zwischen ihm und der, der mit war. Und Bushido hat Geld von den Typen verlangt. 300.000 Euro. Ja, so habe ich es ja mitbekommen. 300.000 Euro? Da hat der andere mir erklärt, aber er hat mit diesem Stephan Geschäfte gemacht. Hat jeden Monat sozusagen 25.000 Euro bekommen. Schwarz. Äh, jede Woche, Entschuldigung. Jede Woche. Und sein Einsatz war 300.000. Und der eine Typ hat den Stephan gebracht zu Bushido und die haben Geschäfte gemacht. Und irgendwann hat Bushido die eigene Initiative gemacht, hat ihn rausgedrängt und hat selber mit ihm Geschäfte gemacht. Aber da sind ja sozusagen noch 300.000 Muttergeld. Er hat ja 300.000 investiert, aber hat über eine Million verdient. Wirklich über eine Million. Und irgendwann war dieser Stephan, der hat nicht ihn verarscht. Der hat, ich glaube, gefühlt hat Deutschland verarscht. Voll viele Leute, die ich kannte, die haben ihn gesucht. Ich weiß nicht mehr, wie die aussieht, dieser Stephan. Aber warum komme ich auf dieses Thema Stephan? Dann wollte ich Stephan, großer Scammer, Big Scammer. Ja, irgendwie im Gericht sagen, mein Bruder Nasser kennt ihn. Er hat ja mit ihm Firmen gegründet. Alles gelogen und er stunken, was er gemacht hat. Er. Und dann, wo dieser Stephan nicht mehr auffindbar war, hat er den Hamoudi aufgesucht und wollte 300.000 von ihm haben. Irgendwann hat er sich nicht mehr gemeldet. Irgendwann hat er sich nicht mehr gemeldet. Du musst dir vorstellen, ich habe 300.000 investiert, habe über eine Million Gewinn gemacht. Aber weil ich mein Investmentgeld nicht rausgeholt habe. Aber der Typ, der ihn geholt hat, ja, hat Bushido, Bushido hat ihm nicht 1 Cent gegeben. Das kam alles an diesem Tag raus. Und deswegen wusste ich das mit Stephan. Deswegen wusste ich das auch mit Diamantenarmband. Weil er Angst hatte auf irgendeine Razzia. Die kommt, dann sieht man das Armband. Ich bin nicht blauäugig. Null. Okay? Ich kenne sogar nicht monatlich, wöchentlich. Die haben irgendwelche Leasing-Autos gekauft, habe ich gehört. Briefe kopiert, gefälscht, verkauft. Im großen Ziele. Aber hätte ich was damit zu tun, weil jemand mich blauäugig nennt, der hätte mich doch jetzt gerade, der hätte mich doch verraten ohne Ende. Ich wäre im Knast. Aber weil ich, weil er wusste, weil er wusste, sowas mache ich nicht. Er wusste, ich mache keinen Versicherungsbetrug. Ich mache sowas nicht. Niemals in meinem Leben. Stell dir mal vor, du machst irgendeinen Versicherungsbetrug. Kassierskohle. Irgendwann der liebe Herrgott, Allah azzawajal, bestraft ein Kind. Wegen Geld, was du sowieso hast. Dir geht es ja gut. Du verdienst ja wirklich gutes Geld. Warum diese Gier? Dann habe ich lieber Angst vor Allah, dass jemand vielleicht mein Kind oder mir was antut. Vielleicht, stell dir mal vor, ein Glas fällt runter. Ein Splitter kommt mit deinem Auge. Das ist die Bestrafung. Warum? Weil du ein bisschen Kohlekassiert hast? Nein, danke. Würde ich kein Geld haben? Absolut nicht. Und ich sehe meine Kinder verhungern. Ich würde alles machen. Aber dann habe ich einen Grund. Aber nicht wie er. Deswegen mache ich sowas nicht. Und er wusste, dass sie sowas nicht machen. Deswegen hat er mich außen vor gelassen. Erzähl mal, was hast du denn sonst so gemacht? Ah, wie? Hast du vielleicht sonst irgendwas gemacht? Ah, nee. Ah, man weiß ja bekanntlich, der wurde ja für nichts verklagt. Der wurde ja für nichts verklagt, von daher alles andere. Wahrscheinlich auch nichts gemacht, ne? Er hat mich ausgefuckt. Sonst hätte er mir noch in die Schuhe geschoben. Ich hätte Baby Luxury gemacht. Ich hätte das Diamantenarmann gemacht. Ich hätte sein Fischladen geplant. Ich hätte alles geplant in seinen Augen. Aber stellt euch mal vor, wenn ich ihn ja so in den Fetischen hatte. Und alles macht dies, macht das. Warum hast du deine Versicherungswürde gesagt? Also nicht gemacht. Wo war ich denn da? Was war so? Wenn ich ja der Big Boss war von dir. Weißt du das nur zum Thema, wenn ja jemand abmahnt? Er war doch sein Big Boss, Digga. Es ist ja so, Digga, ne? Es ist ja 100% so. Bruder Bushido konnte ich nicht alles sagen und nicht alles vor ihm machen, weil er einfach diese Angst vor ihm hatte. Weißt du? Weil Arafat war schon, ne? Sein Wort. 100% mal. Das war schon Angst. Das war schon so, dass er sich mit dem Schildo ist. Deswegen habe ich es auch Bonnie und Clyde gemacht, weil seine Frau kam auch auf den Geschmack der Versicherungsbedrückerei. Sie wurde deswegen noch nicht verurteilt, aber ich weiß aus sicheren Quellen, aus 100%igen Quellen, dass sie was damit zu tun hat. Und auch wenn Mardoch, weißt du was, wenn du ja nicht so bist, wo ist denn dein Armbrunst? Hast du Geld dafür kassiert? Zill doch. Oder Baby Luxury. Wir können doch einen Krieg holen. Können wir doch alles auf dem Bahn. Und glauben, ich rede hier, das ist Anno Pilapalle. Es wird noch schwierig, schlimmer für dich kommen. Oh Mann. 2005 war ich nicht mit auf Tour. Du meinst, 2005, er wurde eingesperrt in Linz, weil jemand seinen Reifen zerstach. Und dann haben sie den Typen, der den Reifen zerstochen hat von Bushido, den haben sie brutal zusammengeschlagen. Damals hieß es, Bushido hat ihn geschlagen. Bushido hat noch nie jemand geschlagen. Ich kenn mich nicht einmal, wo Bushido jemand ein Haar getrimmt hat. Außer, dass er in so einer Talkshow sagt, der hat mich Ruhen so genannt. Ich hab ihn in die Fresse gehauen. Du hast noch nie jemanden in die Fresse gehauen. Du weißt gar nicht mehr, wie es geht. Auch in Linz hast du niemanden in die Fresse gehauen. Da waren zwei Leute mit dir. Und ich weiß, wer sie waren. Und die haben ihn in die Fresse gehauen. Leider zu viel. Gott bewahre, Gott sei Dank ist nicht Schlimmes passiert. Du bist eingesperrt worden. Ja. Da kam Diebe zu mir und hat mir erzählt, ey, in Linz 1, 2, 3, hab ich Diebe gesagt, können wir auch Diebe fragen? Scheiße, echt, Kaution knapp 100.000 Euro. Da hab ich gesagt, ey, ich bin bereit, ihnen die Kaution zu geben, dass sie erstmal rauskommt. Aber dann hat Universal, glaub ich, die 100.000 bereitgestellt und hat sie als Kaution bezahlt und wurde dann sozusagen verrechnet. Er hat dann angefangen zu snitchen oder wollte zu snitchen und wollte diese zwei Typen, die ihnen eigentlich geholfen haben, verpetzen. Da saß man im Café mit Alpustan und da kamen die Typen und so. Da meinte er, du kannst uns nicht verraten, das geht gar nicht klar. Und dann saß er wieder, ich meinte, ey, wenn sie dir geholfen haben, kannst du dir nicht verraten. Wenn du die verrätst und pack deine Sachen, geh, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Da hat er gesagt, nein, nein, so war es nicht gemeint. Wieder natürlich. Na klar, hab ich Druck gemacht. Das ist mein Druck gewesen. Wenn du sowas machst, bin ich weg. Wenn du das als Druck meinst, dann gebe ich dir recht. Das ist ein Druck von mir gewesen, wenn du in gewissen Sachen, also Leute verpetzt, er steht uns nicht, machen wir nicht. Und du wolltest sie damals verpetzen, aber du hattest eher Angst, dass ich dich verlasse und deswegen hast du es nicht getan. Aber ja, ich verstehe das schon, ja. Das macht man auch nicht, Digga. Bushide beauftragt, die jungen Sachen zu machen, Digga, und danach wird es heiß und er will die Paraden und so. Ist schon, weiß ich nicht. Dann hast du es nicht getan. Weil war natürlich deine Anfangszeit und hätte ich dich da losgelassen, wärst du maler und lackerer wieder gewesen. Bist du ja ein Frauenschläger. Die Geschichte ist eine Frau, die werde ich nochmal erzählen, ja. Aber nicht heute. Irgendwann ist das Fass übergelaufen und du hast das Fass übergelaufen müssen. Wie gesagt, ich bitte sie nochmal, wenn du willst, dass die schlimmen Sachen nicht rauskommen, mach ein Statement, dass du ein Heuchler, dein Lügner bist. Und alles das gemacht hast, weil du ein gieriger Hund bist. Digga, wenn du nicht willst, dass du ein Heuchler und dein Lügner bist. Dieses Statement wird niemals verkeilt und niemals. Ja. Und Prozessbedruck gemacht hast, wenn du das machst. Ich gebe dir mein Ehrenbrot. Ich löschle den ganzen Kanal. Den ganzen Kanal. Lösch ich. Okay. Das nächste Thema. Lass euch überraschen. Hast du schon eine Anzeige bekommen, seitdem du das hier machst? Nee, ich habe noch keine Abmahnung gemacht und keine Anzeige bekommen. Obwohl ich ihnen das anbiete, weil er sagt ja großkotzig, dass er dagegen vorgeht. Aber ich verstehe auch nicht, wenn jemand mit ihm Podcasts macht. Warum fragt ihn keiner? Sag mal, was ist denn mit das Armband? Was ist denn dran? Das Ding ist einfach das, was ich meinen gut finde, ist. Ich glaube aber auch, er will wirklich jemanden, der, wenn er mit jemandem sitzt, dass ein kritischer Gegenwart ist. Ich glaube, echt, Zinnig ist gut, Digga. Ohne Spaß. Ich glaube, echt so ein Zinnig, Digga, der geht auch gegen Sachen so kritisch vor. Ja, muss man auch auskritisch fragen. Der ist schon, der ist kein Arschkicher, Digga. Wenn er dich halsdauer macht, ein Video mit KuchenTV, Digga, er hasst ihn. Gut, er hat ihn aber auch auseinandergenommen. Ja, richtig eklig war das. So muss man das machen. Das war echt. Habt ihr hier mal gehört, dass jemand ihn fragt? Würdest du in einem Verfahren wegen Versicherungsbegegen ihn als Belastungszeuge aussagen? Wenn ich als Zeuge eingeladen werde, werde ich nur die Wahl sagen. Ich werde nicht lügen. Ich werde nur die Wahl sagen. Keiner fragt ihn. Keiner wird ihn fragen. Kein Mensch wird ihn fragen danach. RTL, schreibt doch mal alle RTL an. Die sollen ihn doch mal fragen, was mit dieser Versicherungsbetrug scheiße ist. Geht doch zu Soraya. Sie hat doch auch Instagram. Schreibt sie doch, welche Versicherung bezahlt hat, wer ins Wasser gefallen ist. Macht es doch mal. Ihr seid doch genug Leute hier. Wir sind knapp 3.300 Leute. Ihr könnt schreiben. Einfach machen. Komischerweise, alle bauen sich da raus so ein Bild über gewisse Leute. Früher war es so Rocker und Clanmitglieder immer noch. Jetzt wären es Salafisten und Prediger. Ja, aber was ist mit euch Betrügern? Warum entlarvt die keiner? Ja. Ist der Versicherungsbetrug mit dem Armband nachweisbar? Keiner weiß. Na klar ist der nachweisbar. Der ist 100% nachweisbar. Mehr als 100%. Deswegen verstehe ich das nicht. Warum? Wo das ganze Schwarzgeld herkam vom Keller. Von Club-Auftritten, Konzerten. Das getürzte Türkei-Geschäft. Geschäft mit Stefan. Diamantenarmband. Baby Luxury. Also, soweit ich weiß, sie haben eine Geldmaschine geholt. Zwei Zeugen, die da... Entschuldigung, drei. Entschuldigung, haben gezielt 950.000 Euro. Ich hatte nicht so viel Schwarzgeld. Und dass du dann mir alles sagst... Wie viel hatte der Schwarzgeld? Aber er hatte wahrscheinlich auch was. Er hat gut gesagt, ja mal. Wie viel hast du denn? Zähl doch mal ein bisschen. Zähl doch mal Arap. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ich werde auch übrigens einen Podcast über das Finanzamt machen und über Steuerfahndung. Das werde ich machen. Was komisch ist, jeder sagt, wir leben in einer Rechtsstaat. Wenn ich Scheiße gebaut habe, dumm gelaufen. Dann stehe ich vor Gericht und werde verurteilt. Ich beschwere mich nicht. Ich weiß, ich habe es gemacht. Aber wenn ich nichts gemacht habe und ich muss mich wehren über eine Sache, die ich nicht gemacht habe, dann stehst du da und keiner glaubt dir. Weil die sagen sich, pah, willst du uns dann erzählen? Du bist Arapa Dabouchaka. Wer ist denn Bushido? Und das ist so diese umgekehrte Psychologie. Wer ist er denn? Ich bin doch der, der Macher. Ich bin doch der, der die ganzen Leute geschlagen hat. Ich bin doch der, der aus ihnen Gangsterrapper gemacht hat. Ich bin doch der, der aus ihnen den Unantastbaren gemacht hat. Ja, das bin ich. Hast du recht. Ich gebe es sogar zu. Ja, aber ich bin auch ehrlich. Und wenn ich nun was nicht sagen will, heißt es nicht, dass ich unehrlich bin. Ich sage es einfach nicht. Aber ich verbreite keine Lügen, okay? Ich gehe nicht irgendwo. Sagt 100 Stunden aus. Nur um, egal auf Teufel komm raus, mir zu schaden. Egal in welcher Linie. Und ich sage dir ganz ehrlich, das Schlimmste ist, dass du wirklich wolltest, dass wir weit über fünf Jahre Knast bekommen. Jeder meiner Brüder hat Kinder. Ich habe auch Kinder. Das hat dich nicht interessiert. Du bist skrupellos. Skrupellos. Du bist ein Narzisst. Du bist absolut skrupellos. Krass, dass ihn keiner bestraft für seine Lügen hat. Ihr glaubt doch wohl nicht selber, dass ich mich hier hinsetze und sowas erzähle, wenn das alles nicht stimmt. Das glaubt du doch wohl selber nicht. Die würden mir... Ich glaub schon nicht, dass alles nicht stimmt. Aber da sind auf jeden Fall Sachen, die stimmen nicht so, wie er das erzählt. Arafat? Ja, also ich kann mir auch vorstellen... Einfach so das, was ich glaube. Ich glaub auch nicht, dass alles, was Arafat erzählt, stimmt, Digga. Aber... Stimmt schon einige. Viele Sachen, Digga, wo ich denke, das könnte ja echt so sein, Digga. Vor allem, weil Bushido auch nie Zeugen und so ranholen will. Oder nicht will, dass Arafat irgendwelche Audios abspielt und so. So halt, ne. Damit belastet sich Bushido für mich, Digga. Damit stellt er sich in eine schlechte Rolle. Uff. Die würden mir ja mehr Probleme machen als alles andere. Aber wenn es die Wahrheit ist, dann muss ich mich auch nicht fürchten, oder? War die schon ganz von Anfang... Nein, ganz ehrlich, es war mir nicht klar, dass ich die Chats von Anfang an behalte. Das ist einfach... Ich bin so ein Typ, ich lösche nie was. Mein ich ernst. Was sagst du dir aus? Bruder, ich lösche auch nie was, Digga. Aber Bruder, Chats von 2014, 15 und so haben, Bro? Das ist crazy, Bro. Ich find das sogar noch in Ordnung. Aber, ich sag, Gespräche aufnehmen? Ja. Der wusste schon, der wusste schon. Also, Gespräche aufnehmen, ich schon ein bisschen merkwürdig finde. Das waren schon Schachzüge, die Arafat da gemacht hat, weil er gemerkt hat, Digga, es könnte irgendwann in die Brüche kommen und so. Und dann will ich halt ihn auseinandernehmen, bevor ich auseinandergenommen werde. 100% Ich sage, er kann ohne dich, du, aber ohne ihn. Okay, bleiben wir mal Tachlisten. Das beantworte ich noch und dann ist spät. Ich will euch mal was sagen. Seit der Trennung hat er gepostet. Er ist zu BILD gegangen. Er hat eine Doku gemacht. Stimmt's? Über wen? Über mich. Er hat über 100 Stunden ausgesagt. Wer? Er über mich. In jeden Interview ist er gegangen. Stern TV. Hat überall rum geweint. Schamlos bist, wie er ist. Er hat alles gemacht. Knapp sechs Jahre lang. Also ich habe eine Frage für euch. Ganz ehrlich. Kann ich ohne ihn oder er ohne mich? Weil ich jetzt anfange zu reden, heißt das, ich kann nicht ohne ihn. Ihr sagt doch, umgekehrte Psychologie. Ihr sagt, das ist nur umgekehrte Psychologie. Er will euch irgendwie, wie er es am besten machen kann. Und dann so, ja guckt mal, Quatsch, weil ich jetzt Erfolg habe. Junge, wenn wir über Erfolg reden. Wir hatten seit 2004 bis 2018 nur Erfolg. Das hast du vergessen. Das heißt nicht, weil man sich Erfolg aufgebaut hat. Ja, ist ein bisschen wieder runtergegangen. Dann bist du genau, du musst dir vorstellen 2008. Kannacken-Business wolltest du nicht mehr. Deswegen bist du zu RTL gegangen, weil dich interessieren die Kannacken nicht mehr. Ich kann mich erinnern, Sarah in Love. Das war dein Frauens Traum, Dokus zu machen mit dir. Damals war es nur cool. Niemals mache ich sowas. Subhanallah, wie ein Bumerang in deinem Kopf. Bam. Da bist du gelandet. Da gehörst du auch hin. Wie du mal gesagt hast, man würde dir, obwohl du lügst, und sie würden dir einen Lügendetektor-Test machen, da sagtest du, du würdest ihn sogar gewinnen. Du bist so von dir überzeugt. Das ist ja auch irgendwo, wow. Aber du hast die Rechnung ohne den Bild gemacht. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich rede mir so, das ist nichts, Masra ist das, was ich sage. Bruder, das kann doch nicht sein, Digga, dass das sowas ist. Aber ich kann dir das vorstellen. Wenn Lügendetektor sagt, ich krieg's den trotzdem. Ich kann dir das vorstellen. Das ist crazy, Digga, ehrlich. Statt bekannt. Aber stellt euch vor, warum geht niemand gegen ihn vor? Wo ist die Staatsanwaltschaft? Wo? Ihr müsst euch vorstellen, irgendein Depp, ein Dulli, alter, aus irgendwo in NRW, hat Anna Maria geschrieben, Arafat und die Abou-Chaker haben mich beauftragt. Irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Es kam ein Gericht vor. Alter, die haben ein Verfahren eröffnet. Obwohl wir nix damit zu tun haben. Obwohl der Typ sich nur wichtig machen will. Hier sind tausend Beweise. Er will nur nicht gegen... Weißt du, warum du nicht gegen mich vorgehst jetzt hier? Das sag ich mir Lügner. Weil du weißt, es kommt zu... Du musst, wenn ich die Unterlassung nicht unterschreibe, musst du mich verklagen. Und dann werden Zeugen eingeladen. Und dann hast du ne Arschkarte. Deswegen machst du es nicht. Ah, ok, 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 krass. Jetzt versteh ich, warum Rafa noch mal sagt. Zeig einfach an und so. Geh doch dagegen vor. Ja, 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 ja. Und dann hat den Eier, Digga. Das Zeugen müssen da kommen und dann hat... Ja, Bruder, wenn jemand eine Lüge über mich erzählt, Digga, vor der ganzen Öffentlichkeit, Digga, dann habe ich kein Problem, eigentlich die Person zu verklagen und so, ne? Du machst es bei anderen Leuten, ja? Digga, ich finde, das macht Bushido echt sehr unseriös jetzt noch mal. Muss man sagen. Muss man sagen. Kann echt sein, dass einfach nicht in jedem Punkt die Wahrheit sagt, Digga, ne? Aber dass Bushido Angst hat, aber was gegen zu machen, Digga, ist halt schon sehr sass. Dann hast du ne Arschkarte. Deswegen machst du es nicht. Du machst es bei anderen Leuten, ja? Aber wenn die anderen Leute schlau sind, sagen sie, hey, da steht ein Arabards Buch. Versicherungsbetrug. Googelt mal. Geht einfach googelt. Warum wurde Bushido zur Bewährung verurteilt? Bumm. Was für ne Unterlassung soll er unterschreiben? Sag mal, wirklich. Denkst du, du kommst noch weiter damit durch? Ich konnte mal nicht reden, aber ich rede jetzt. Und ich werde jedem helfen. Egal welche Unterlassung du irgendjemand schreibst, der kann sich bei mir melden. Hey Allah, ich helfe ihn. Du hast den Krieg gegen mich eröffnet, ich werde ihn beenden. Ich habe dir ein Angebot gemacht, kannst du dir aussuchen. Mach ein Statement. Alles wird hier gelöscht. Ich gebe dir mein Wort drauf. Absolut alles. Gut, wir kommen zum Ende. Kollege Fibo kommt auch noch. München kommt auch noch. Alles kommt. Glaub mir. Nein, der Stream ist nicht immer spontan. Also wenn, werde ich das dann ankündigen, spontan. Aber ich habe mir so vorgenommen, einmal die Woche. Einmal die Woche. Könnt ihr euch drauf freuen. Und wie gesagt, ich sage es nochmal. Wenn jemand da draußen sagt, man der sitzt da alleine und kann ja viel erzählen. Keiner kann ihm eine Gegenfrage stellen. Wenn jemand möchte, den ich auch nicht kenne, sich bei mir meldet. Oder ihr habt einen Vorschlag, mit wem ich einen Podcast mache, der mir Fragen stellt über die Themen, die wir schon besprochen haben. Egal welche Fragen, ich bin für alles offen. Wer war eigentlich? Bis jetzt ist es auch nicht so spannend, dass jemand da hingehen sollte, finde ich. Ich glaube, das muss, nein, noch nicht. Das ist gut, doch. Also die können ja, die können ja ein Thema eröffnen. Das hat ja auch über die, die schon besprochen wurden. Ich glaube, ich will noch zwei Videos warten. Sieben. Den muss ich mal in meinen Podcast einladen. Guckt euch mal das Interview an. Eigentlich Sieben. Den muss ich mal in meinen Podcast einladen. Guckt euch mal das Interview an KISS FM. Da kommt Steven auch vor und er benennt ihn einer seiner besten Freunde. Im Gericht tut er so, ob er ihn kaum kennt. Guckt euch an. Und ja, Leute, holt euch wirklich das Buch. Das Buch ist wirklich interessant. Weißt du, durch wen, was mit der General von plötzlich in der Presse bezykert wurde? Weißt du, durch wen? Nee, Ushido schießt die schon krass ins Bein, Digga. Muss man sagen, Alter. Das mit der General von plötzlich. Einer vom Stern hat irgendwo im Grundbuchamt in Rüdersdorf rumgeforscht. Und dann, ja, wollte er eine Geschichte draus machen. Da ist er auf die General von Macht gestoßen. Ihr könnt aber, KISS FM Eigentor. Guckt, ey. Das ist noch gar nicht. KISS FM Eigentor. Aber wenn ihr wollt, wir können ja auch so machen. Das Thema, was euch am meisten interessiert, könnt ihr mir mal schreiben auf Klartext und auf mein Instagram. Und wir können ja mal so ein, ja, welches Thema euch am meisten interessiert würde. Was mir jetzt so genau mit dem Typen aus NRW, der irgendwas Frau geschrieben hat. Irgendeiner aus NRW, irgend so ein Dulli, in der Zeit, wo wir im Streit waren. Guckt euch mal das an. Der hat irgendwie Bushidos Frau geschrieben. Die Abouchakas. Irgend so ein, wirklich ein Dulli, der sich wichtig machen will. Sie ist natürlich gleich zur Polizei gerannt. Und eine neue Story draus machen. Aber es hat sich natürlich, wie immer, als Bullshit enttarnt. Warum hängt Bushido wieder? Das Problem ist, warum hängt Bushido mit... Man, ganz ehrlich, er kann von mir aus mit hängen, mit wem er will. Aber er soll nicht vorher rumheulen. So, so, so. Und dann verarscht er jeden und dann, ja, ich mach so sinngemäß, was ich will. Aber geschieht den Staat auch zurecht. Ja, 100 Prozent. Da hat er auf jeden Fall recht, Digga. Bushido und Animus sind ja die Leute, die sagen, Digga. Die distanzieren sich von dieser ganzen Clan-Sache und dies und das. Und dann sind das die Ersten, die mit Clans abhängen, Digga. Sich mit den, äh, blicken lassen und so, Digga. Das ist schon sehr... Das ist alles so widersprüchlich einfach, ne. Aber sehr krass widersprüchlich. Bushido wird eines Tages zu dir kommen und sich entspricht, ach, wir brauchen nicht nie wieder in sein Leben zu mir zu kommen. Ich würde ihn nicht verzeihen. Nein, verzeihen werde ich ihn nicht. Nee, in meinem Leben werde ich ihn verzeihen. Aber er kann... Ich würde das Thema beenden, wenn er es macht. Da hat er sich richtig gefreut, wo er dich auf dem Jay-Z-Konzert... Ich schwöre dir, er hat sich so gefreut. Obwohl wir drei Monate viel mehr nichts miteinander zu... Er hat sich... Oh, Bruder. Kapital, brav, war daneben. Er war Zeuge, da waren noch andere Zeugen. Er war daneben. What the f... Ich stehe gerade im falschen Film. Du musst dich vor... Er hat mich so... Oh, da war ich vorhin. Aber der war so auch von mir. Ich hab dir nichts getan. Ich möchte nicht über seine Frau reden. Oh, Bruder, Digga, in diesem Jay-Z-Konzert wäre ich mal da gewesen, ja? Digga, ich hätte mich ja totgelacht, Digga, ehrlich. Taubushi, du kommst zu Arafat und tust du als wäre gar nichts, Digga, das ist crazy, ja? Marie an dich verliebt. Weißt du was? Nächsten Sonntag machen wir das Thema Kindesentführung. Ja. Okay, machen wir den Charloch, Kindesentführung. Hier hat mir jemand geschrieben, wenn die Steuerfahndung mich fragt. Ich rede hier, ob sie es jetzt für eins nehmen oder nicht. Ich würde nicht zur Steuerfahndung gehen. Ich würde auch nicht zur Polizei gehen und dann eine Aussage machen, eine schriftliche Aussage, weil ich habe gesehen, wie sie umgehen mit einer Person. Obwohl die Steuerfahndung und der Herr Füllgraf den Herrn Bushido, Herrn Feshishi, Entschuldigung, erwischt hat, erwischt hat in seinen Aussagen, es recherchiert und ihn als Lügner enttarnt hat, gibt man den Herrn Bushido. Er solle doch mal seine Aussage überdenken und vielleicht sie ändern. Und dann soll ich zu diesen Typen gehen. Weil wenn der fair wäre, mit der ich sage, weißt du was, du bist ein Lügner, tschüss. So, genau so eine Aussage steht das drin. Ich lese mal. Sag mal, geht's noch? Ja, so alles bei Gericht kann man. Vorher braucht man sich nicht beschweren. Immer Absage, Absage, Absage. Nein, 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 nein. Ja. Die Steuerfahndung, die wollte einen Arrest von mir. Ach, ist ein anderes Thema, ist ein längeres Thema, ja. Ich werde nächstes Mal eine Doku, seine Doku, einen Abschnitt zeigen, dann wisst ihr, wer Philgraf ist. Der ist wirklich in seiner Doku. Gut. Ähm. Es wird jetzt halt, sozusagen, es ist spät. Und. Ja, also ich fand das Interview ganz, also, beziehungsweise den Podcast oder den Livestream eigentlich sehr interessant, Digga, ja. Sehr, sehr, sehr interessant, Digga, ne. Ihr wisst ja meine Meinung zu der ganzen Thematik. Was denkt ihr darüber, Digga? Schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare, ne. Weil ich finde, Bushido belastet sich richtig krass, Digga, dadurch, dass er einfach keine Zeugen drin haben will. Ähm. Dass er Arafat auch nicht verklagt, obwohl er das die ganze Zeit machen will und so, ne. Ist schon irgendwie sehr sass alles, ne. Weil wenn du die Wahrheit sagst, dann hast du kein Problem damit, wenn sich an dieser drei Menschen wieder irgendwie auch dabei waren zu. Aber egal. Ist verrückt auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.